was ist was ist besser m4 16 oder oder das ist immer so ihr antwortet immer sehr politisch finde ich gut merkt man einfach da merkt man die profis kommt immer die m416 meinst jetzt die ist für noobs ja dann nehme ich die augen natürlich stimmt back in the days was ist zu einer normalen welt waffe dann war sie am anfang auch noch brutal stark hat sie jeder dann gespielt und kaum war eine fünferwaffe wieder ein bisschen besser als siebener waffe musste sie ich muss sich voll aufdrehen hier auf 180 prozent ja machst du das nennen wir da muss ich mir ein stativ basteln auf der arbeit damit ich das mikro direkt vor mir habe oder ich muss eigentlich mal lauter reden dann habe ich immer das gefühl ich schrei die bohden zusammen kenne ich doch ich bin auch eine leise maus so ist wie ich und mark 12 von der qbu gibt es überhaupt unterschied eigentlich oder die qbu ist diese 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 sunhawk mark 12 die habe ich gerade das trifft man niemanden mit größte rotz waffenspiel willst du ein srs? ne genau so im scheiß mk12 ist halt super wenn du dich hinlegst ja das stimmt wir haben doch irgendwo ein megadrop eigentlich der müsste irgendwo in der nähe sein der starb muss schießen oh da ist ein auto wo ist denn der drop? da war ein megadrop ein megadrop? ein bestimmt da wo es schießt lass uns da hin ja das heißt eigentlich break two doors? muss ich die dann komplett zerstören? ja oder so anbrechen halt da kriege ich dann einen schalldämpfer wenn ich das mache bin ich sicher ob ich da Lust habe ja wo man nicht mal wenn er da tot rumliegt mit vier schüssen kenne ich den land was für ein scheiß da hast du einen anderen ne? ne 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 ja weil ich noch mal ein paar mal auf den geschossen habe ja spiele die du oder? hab ich oh shit hä? ok heute habe ich was neues gelernt weißt du? wenn du die näht scharf machst aber sie dann wieder einstecken willst ja dann darfst du sie einfach auf den Boden so ja wenn du die Waffe wechselst? ich will es jetzt nicht ausprobieren ne ne wenn du die also mit R kannst du sie sehr scharf machen ja und wenn du dann die Waffe wechselst dann droffst du sie einfach runter ja wenn du sie schon scharf geschaltet hast das geht nicht geht nicht kannst du sie nicht wieder doch ich glaube du kannst du wieder ins Inventar stecken oder nicht? ne das geht nicht ja wenn du sie scharf gemacht hast nicht wenn du sie normal ziehst dann kannst du es machen ok also ich probiere das jetzt aus was ist da? ob es kommt ja rein hab ich schon ok ja ich habe es gehört ich weiß was ihr meint ja ja Schwachsinn oder was Kollege? naja ich ja ok das stimmt auf die Idee dass ich sie dann nochmal wieder einstecken wollte du bin hier ehrlich gesagt auch noch nicht gekommen ich habe 16 Energies willst du welche? mh mh danke dann brauche ich mal 2 ich brauche ich mal 2 ich brauche es einfach nicht so much und da unten laufen ja 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 ich guck mal nach der erste lerne so hat er noch schon hier laufen ich hab dann einmal geht es ich muss sprachen ich will jetzt in der erste oder ist ich glaube es ist halt 53 alles super Rondo ist auch so ein Witz, wenn ich zwei Türen zerstöre, kriege ich ein Chalet, will ich unbedingt, aber alle Türen in Rondo sind aus Metall Super Sache Ja, we go Wondo Was sind denn die Drops, hast du gemeint, du siehst sie irgendwo, oder? Nein Wir sind ja nach links gelaufen So, mach den Berg, zwei Leute Ach, mach den Berg, ja Haben einen Baum hier Oh, okay Ja, der ist richtig gut, beide Obwohl ich Wiggle dann seinen Teammate auch saftet soll, vielleicht kannst du ihn raushalten Okay Wer hat eigentlich noch? Anderer ist nach rechts gelaufen, mein Marker Okay Einen Helm hast du nicht gefunden, ne? Mhm Oder waren da besser als zwei? Keinen von Sieger Okay, den schnapp ich mir mal kurz Ja, das war außer der Zone, oder? Ist das hier? Ja, hier ist einer Geht vorstelle Einer, der ist Komma Komme Der war genau vor mir, der Hat er nicht gehört Aber der hat bestimmt einen besseren Helm Der nicht? Aber ich hab ihn rein, 50 sind es immer die kaputtheitsgrade die ihr durchgibt und hier oben auf südosten ich kann mir nicht meine sprüche Aber ich werde auch falsch förder. Äh, äh, äh. Ich bin richtig und dachte schwer. Geh, einen anderen noch an dem. Genau hier, hier ist ein. Nein, du hast so richtig gehört. Oh, ist auch ein. Schöne. Ist auch ein Wand? macht es einen unterschied macht es einen unterschied welches kinder spiel ob der bundes oder links von uns wo ist er er müsste irgendwo hier in der richtung sein glaube ich ich dachte der war noch drüben im haus eine halle gekommen oder ist vielleicht noch dran Wir haben einen Tank, wir könnten ihn überfahren. Okay. Okay. Ja. Ein Untergangsgesiedelt. Oh, der zerstört den ganz gut. Achtung. Warte, ich geh rüber. Yeah. Hast du das mal gemacht. High five. Yes, yes. Habt ihr ihn überfahren, oder? Nein, leider nicht. Aber gewonnen haben wir trotzdem. Habt ihr einen Chicken Dinner bekommen? Yes, yes. Okay, das ist jetzt für dich. Links, rechts. Mwah. Mwah, mwah. Mwah, mwah. Oh, guck mal, das 666 ist auf meiner Stirn geschrieben. Oh. Das ist so. 666 ist echt schadend. Das kann nur die Teufeln. Little Devil. Cheat Devil. Wo ist er denn? The Regic Regic. Ich bin gerade noch drin. Ich würde... Ich würde... Na, okay. Ich komme raus. Ich gehe raus. Ich renne jetzt in die Luft, ballern in die Mitte. Wie lange hast du noch? Wie lange hast du noch? Ganz kurz was zu snacken. 29 sind noch am Leben. Es ist Phase... Phase 3. Dann schauen wir auch einen Kuchen. Ja, geht nochmal schnell zum Ikea. Ich mache jetzt hier Chicken Dinner und dann passt es. Okay. Bye-bye. Machen Sie es gut. Ja, ja, bis gleich. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe gerade 100 Mal an einem Bot vorbeigeschossen, aber der war glaube ich auch 500 Meter weit weg. Sag mal, auch im FPP gibt es Spots, oder? Und zwar glaube ich nicht zu knapp, oder? Ja. Schauen wir mal, ja, okay. Okay. Ich mache jetzt hier gleich alles platt. So ein richtiger Kern. Ist es eigentlich um die Uhrzeit, sind da die härteren Gegner am Start oder sind da die leichteren Gegner am Start? Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man zu unzeiten... Es gibt doch TPP, oder ne? Es sind nur die Idioten. Ne, FPP spiele ich. Wann geht es eigentlich? Da ist abends, glaube ich, erst so in Anführungsstrichen casual, weil da auch die Casual-Player online sind, oder? Ist das richtig so? Ja schon. Okay. Das freut mich. Ich kann so ein Wonno-Bömmen. Kann alles verdrehen, ne? Also ich habe einen Headshot beim Player-Caster gemacht, da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz. Ja, gut, okay. Der Player-Caster war bestimmt auch nicht so gut, aber er hat einen Clan-Tag dabei gehabt. Oh shit, ich sehe Smoke. Okay. 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 Ich weiß nicht mehr, was ich verstehe. Okay. Okay. macht es eigentlich sinn also ab wann macht es sinn die dings zu nehmen die kaputte weste level drei weste wann ist die level drei weste besser immer okay also 15 noch 13 ich habe bisher nur rum geraten ich habe noch glaube ich habe nur einen bisher aber wie gesagt gut geraten ist halb gespielt das sagst du jetzt nur damit es schnell vorbei ist und du aufhören kannst mit kuchen essen ähm nein jetzt würde ich aufhören kuchen zu essen den habe ich zweimal mit der awm getroffen ultra nervig ich habe es gleich acht noch acht am leben der linke fuß ziel ist halt auch scheiße ja ich habe extra auf den linke fuß gezielt ne damit er länger was davon hat oh nee ey jetzt 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 mache ich sie zu sauer ich sag's euch immer noch acht gibt er nicht muss ich hier auf die sich da was ändert jetzt bin ich geliefert der sitzt oben an der klippe und ich bin unten der hat halt jetzt echt mal krassen vorteil mir gegenüber high ground ist immer so eine sache bei dem spiel aber ich bin ja zumindest schon mal froh dass jetzt bin ich gleich geliefert mich da hoch ne ne ich rede mit mir selbst ich rede gleich mit euch jetzt muss ich noch hier diesen holdol da oben platt machen ich weiß gar nicht ob holdol ein technischer term ist wow ok das war was wenn die man dann kommen immer drei auf einmal das finde ich immer noch ein bisschen frustrierend weil dann macht man einen platt und dann sind noch zwei übrig aber es war trotzdem cooles match passt schon wow so wie 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 wie